Wir müssen das in das reinballern. Ja, aber ein Minecraft fährt nicht weiter, wenn das nicht irgendwo andockt. Ja, wie willst du jetzt die Schiene ankriegen? Warte mal, stell dich mal in die Druckplatte rein. Weil ich in die da... In irgendeine... Heilige Bim Bam. Die stört dauernd an die Fackel. Das bringt nichts, wenn du die wegschlägst. Toll. Ich kapiere es nicht. Ja, so, gut. Aber wie willst du das trotzdem ankriegen? Reicht? Komm mal. Oh, boah. Oh, jetzt ist passiert. Jetzt... Tu es zurück. Ich glaube, wir müssen die drei Knöpfe hier gleichzeitig drücken. Welche? Die drei hier. Okay, warte. Kannst du eins und zwei gleichzeitig drücken? Ja. Drei, zwei, eins. Passiert nix. Ja, ich hab' nichts. Ja, ich hab' nicht... Wir haben noch nicht gleichzeitig gedrückt, nochmal. Drei, zwei, eins, go. Durch den letzten nicht... Den ersten nicht gedrückt. Warte, ich kann beide drücken. Okay, drei, zwei, eins. Was? Alter. Passiert nix, oder? Oh, shit. Oh, fuck. Jetzt hab' ich da was abgebaut. Ist die überhaupt gepowert, oder? Wer war's denn? Die Schienen, da wo du jetzt bist. Wird die bepowert. Drück mal... ...den mittleren. Hab' ich, warte. Wie hast du das jetzt gemacht? Wie ich das gemacht hab? Ja. Ja, geil einfach. Ich hab' da unten ne Fackel hin. Aber das funktioniert nicht. Ja. Ja, da musst du gleich doch irgendwas falsch. Nein. Ah, hier, warte mal. Was ist mit der Fackel eigentlich? Was macht die? Okay. Den Kolben. Okay. Und was macht die hier? Welche? Die aktiviert die Schienen davor. Welche Schienen? Die vor dem Kolben. ... ... Weiß, egal. Das, mein Kart ist jetzt schon da hinten. Ja, jetzt auf einmal. Der Druck ist raus, hier. wo helfen wir mal hier die stelle ich sie durchs erste das erste drücken du schnösel zu spät zu spät jawohl so und jetzt sind wir wahrscheinlich beide hier drauf ja wohl keine Ahnung um das nicht funktioniert hat wir sind eigentlich voll die Tieter weil wir kein Bock haben weiter zu tüfteln die liebte es ist durch diese durchstelle unten dran die für unten die guck die waren ja nicht bepausert die schien mehr machen vielleicht obola so i want to play a game what do you think of wipe out what the fuck oh das find ich scheiße be careful through some subjects left this chamber with some ugly scars believe me those won't go away es gern never change now let me turn off the power of my brain again that gives the demon die trugblatt machen gar nichts er hat um schlitter zu zweit aufstehen wo ich hasse um die ecke ohne witz die schwarzen die schwarzen die nur holen danke für die Nein! Ich mach einfach den Safeblock. Alter. Oh mein Gott! Warte! Ich muss mein Hirnisch mal verkraften. Oh, ich bin safe. Nein! Alter bewegt sich so viel und trotzdem leckst nicht, oder? Nein! Oder leckst bei dir? Ich war fast durch, Janis. Leckst bei dir? Nein. Warum bei dir? Nein. Ja, klar, der kommt doch mal einst raus, ey. Nein! Nein! Boah, das ist schassi. Oha. Das ist richtig assi. Lecken! Alter. Geh nicht vor Graben. Loll! 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 Weg! Weg! Alter! So sieht's aus. Alter! Weg! Weg jetzt! Ja, sicher! Leute, was machst du? Boah! Man könnte das sein nicht mehr. Boah! Jawohl! Loll! Wann kommt eins raus? Was kommt mir? Natürlich! Es ist schon immer so, es ist beides gleich. Ja, ja, ich hab's grad gesehen. Ich war grad nur irritiert. Boah, ich kann das links besser. Echt? Ich kann das rechts. Äh, nee. Weil das ist rechts, Janis. Das ist rechts, Janis.